Herr Fabritius, Polen hat die Zahl der Deutschunterrichtsstunden für die deutsche Minderheit in Polen stark reduziert. Es handelt sich offenbar um eine gezielte Maßnahme gegen diese eine Minderheit. Wie bewerten Sie diesen Schritt der polnischen Regierung? Ich halte diese Verordnung, die Bildungsminister Czarnek am letzten Freitag erlassen hat, für einen sehr, sehr groben Fehler. Es ist eine offene Diskriminierung eigener Staatsbürger, die ihrem Staat Polen gegenüber immer loyal gewesen ist. Und es ist insbesondere deswegen ein Problem, weil es junge Menschen, Schüler betrifft, denen die Identität damit geraubt wird. Wer sich an junge Generation vergreift und deren Bildung zurückfährt, der schädigt kommende Generationen. Und diese Konsequenz muss man sich vor einer solchen Entscheidung klar machen. Polen argumentiert, dass man ein Gleichgewicht wiederherstellen wolle zwischen der Lage der deutschen Minderheit in Polen und der Polen, die in Deutschland leben. Polen wirft Deutschland vor, die Förderung des Sprachunterrichts für die hier lebenden Polen zu vernachlässigen. Finden Sie diese Argumentation nicht zu treffen? Nein, sie ist grundfalsch. Sie beruht auf falschen Annahmen. Deutschland fördert den Unterricht für die Schülerinnen und Schüler aus der polnischen Zuwanderergemeinschaft mit über 200 Millionen Euro jährlich. Es gibt allein im Oberstufenunterricht knapp 15.000 Schüler, die aus diesem Fonds finanziert werden. Der Unterschied ist ein anderer, aber den müsste eine gut informierte polnische Regierung erkennen. In Polen wird immer behauptet, die Bundesregierung, die Bundesrepublik würde nicht fördern. Das liegt einfach daran, dass in Deutschland Bildung Ländersache ist. Die Förderung erfolgt auf Länderebene. Ich kann dazu nur sagen, die Bundesebene fördert auch keine einzige Stunde Deutsch, auch keine Stunde Mathematik und keine Stunde Physik, weil das in den Ländern stattfindet. Wir wissen auch von den Vertretern der Polonia in Deutschland, dass die Bildungsangebote erschöpfend sind. Es gibt keine ungedeckte Nachfrage. Und wenn Polen eine Gleichrangigkeit herstellen möchte, dann muss auch Polen nachfragegerecht Bildung in deutscher Muttersprache anbieten und die nicht kürzen. Wir in Deutschland finanzieren mit diesen über 200 Millionen Euro pro Jahr eine nachfragegerechte Unterrichtung in polnischer Herkunftssprache. Soweit die Polonia in Deutschland mehr unterrichten möchte, bekommt sie diesen auch. Ich kann Polen nur auffordern, die eigenen Staatsbürger deutscher Volkszugehörigkeit gleich zu behandeln und ebenfalls bedarfsgerecht Unterricht in Muttersprache anzubieten. Ich muss auf einen Unterschied noch hinweisen, der in Polen immer genannt wird. Es wird bemängelt, dass der Unterricht in Polnisch in Deutschland auf gleicher Ebene erfolgt wie in Türkisch, in Italienisch oder in anderen Sprachen von zugewanderten Migrationsgruppen. Das ist richtig. Das liegt aber auch daran, dass Polen in Deutschland keine nationale Minderheit sind. Sie sind eine Zuwanderungsgruppe, die im Rahmen der EU-Freizügigkeit oder auch vorgekommen sind. Sie fallen aber nicht unter die Regelwerke des Europarates. Demhingegen sind die Deutschen in Polen eine autochtone, dort anerkannte nationale Minderheit, die aufgrund dieser Regelungen einen besonderen Schutz genießen. Das ist auch, was die polnische Seite eigentlich fordert, dass man die in Deutschland lebenden Polen als eine nationale Minderheit anerkennt. Ist das realistisch? Nein, das ist völlig ausgeschlossen, weil sie die Voraussetzungen nicht erfüllen. Der Europarat hat zur Anwendung des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten und zur Anwendung der Sprachenkarte den nationalen Staaten freigestellt, zu regeln, wer nationale Minderheit in einem Staat ist. Der Deutsche Bundestag hat schon vor vielen, vielen Jahren diese Bedingungen geklärt. Und es kommt darauf an, dass man historisch auf dem Gebiet des Staates lebt. Nun, das erfüllt die Polonia in Deutschland nicht. Es ist eine Zuwanderergruppe wie die Italiener, die Türken oder andere viele Zuwanderungsgruppen in Deutschland. Ich möchte aber auch betonen, dass diese Anerkennung gar nicht notwendig ist. Wir haben einen bilateralen Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Beziehungen, wo wir eine Gleichstellung geregelt haben und selbstverständlich die Förderung der eigenen Identität der Polen in Deutschland mit Überzeugung leisten. Genau deswegen wundert mich, dass Polen hier zur Durchsetzung vermeintlicher außenpolitischer Ziele eigene Bürger, die Kinder eigener Bürger in eine politische Geiselhaft nehmen und faktisch direkt benachteiligen. Das ist ein Vorgang, der bisher einmalig gewesen ist. Was haben Sie jetzt vor? Wie wollen Sie reagieren? Wird Deutschland irgendwelche Gegenmaßnahmen einleiten? Wollen Sie die Mittel für die Polen hier kürzen als Gegenmaßnahme? Ganz bestimmt nicht. Die Frage wurde mir bereits oft gestellt, gerade auch Vertreter der Polonia in Deutschland machen sich Sorgen, dass wir unter Umständen dasselbe Mittel anwenden. Wenn wir die 200 Millionen um zwei Drittel reduzieren, dann hätten wir einen sehr, sehr hohen Betrag übrig. Aber wir machen das gezielt nicht, weil es aus unserer Überzeugung wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler aus der polnischen Zuwanderergemeinschaft ihre eigene Identität behalten können. Wir fördern deswegen den polnischen Unterricht im deutschen staatlichen Schulsystem aus Überzeugung. Es ist mir wichtig, dass Polen und Deutschland den Dialog wieder aufnehmen. Es bestehen aufgrund des Freundschaftsvertrages bewährte Dialogformate, die Polen aus unverständlichen Gründen verlassen hat. Und mir liegt viel daran, dass wir diesen Dialog aufnehmen, dass wir diese Missverständnisse ausräumen, dass natürlich Polen die Diskriminierungsverordnung, es ist nichts anderes, also dass Polen die Diskriminierungsverordnung zurücknimmt. Und wenn Polen sonst noch Ziele verfolgt zur Verbesserung der Situation, etwa der Polonia in Deutschland, dann ist genau ein Dialogformat der richtige Ort, wo man darüber sprechen kann. Diese Wege möchte ich beschreiten. Und irgendwelche direkte Maßnahmen haben Sie vor? Wir haben selbstverständlich unseren Landsleuten in Polen angeboten, dass wenn Polen diese falsche Entscheidung nicht überdenkt, wir selbstverständlich Schadensbegrenzung betreiben. Wir können Hilfe leisten. Wir haben sowieso schon nach vorherigen beeinträchtigenden Entscheidungen in Polen versucht, mit erheblichen Mitteln des deutschen Steuerzahlers, die der Deutsche Bundestag genehmigt hat, Schadensbegrenzung zu betreiben und haben zum Beispiel außerschulischen Unterricht in Polen für die deutsche Minderheit dort finanziert. Polen leistet im außerschulischen Bereich überhaupt nichts für die dort lebende deutsche Minderheit. Deswegen wundert mich auch, dass ein bestimmter Politiker in Polen genau diesen Bereich in Deutschland reklamiert. Er fordert viel Geld für den außerschulischen Unterricht in Deutschland und erkennt gar nicht, dass Polen auf dem Gebiet überhaupt nichts leistet. Aber es wäre vielleicht ein bilateraler Ansatz, dass wir gegenseitig auch im außerschulischen Bereich etwas machen. Darüber müsste man sprechen. Wir haben jedenfalls der deutschen Minderheit in Polen den vollen Beistand der Bundesregierung versichert und wollen alles tun, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Die Minderheit an der Bevölkerung Die Minderheit in Polen